ja weil die spinne okay dann kommen wir da einmal hin wo ist eingesammelt und jetzt geht's los jetzt wird die spinne platt gemacht ja wir machen sie jetzt kaputt oder ist ja noch eins warte mal jetzt guck mal hier ist noch ein braunes fast kann ich auch ich habe aber welche da schon in der nähe das hast du schon das kann ich nicht das ganz kam aber das braune hier habe ich schon bei mir sind die eher rot ja braunrot zone also grenzwert würde ich sagen und die zon ist voll weil die fässer sind lang diesmal richtig gut ich habe sie getroffen sie wird gleich explodieren ich habe hier oben an der treppe kann ich leider nur so eine pfeife verlehnen stellen ich habe da noch mal so eine richtige hingestellt sehr gut jemand hat spaß gehabt das war wohl eher ein gelbes na ja was könnte auch ein zombie gewesen sein ist neu eingangs ist nicht bewacht habe ich hier oben mal kurz stehen oben auf dem dach ist auch einer der da irgendwie rumkrabbelt deswegen ich denke mal ich bleibe mal kurz hier und guck mir den spaß von hier an jetzt hat er sich munition geholt jetzt schmeißen sie granaten hier 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 das ist ja nur so ein ablenkungs ding einer hustet auf vier stück immer die werden sich gegenseitig noch kill stück sagt ja vier habe ich gesehen also ja schon gegenseitig ich wurde hier auch von der seite angeschossen ja die können auch jetzt man kann ja überall hier rein zwischen zwischen den dingern schießen ja ja mal lieber nach oben weil das ist jetzt so löchrig hier unten ich hab noch einen ich hab noch einen alter wir sind hier sind ja fünf auf der seite oder so ja 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 ich habe keine sicht mehr schoss drauf werden sich sonst noch mal dezimieren und vielleicht eine andere noch mal fast mitnehmen Hinten auf dem Dach ist einer Okay Der wird gerade beschossen von dem anderen Ist geil wenn man sieht wie die Kugeln fliegen Ah Mist der hat mich erschossen Ich konnte es nicht lassen Rausgepeakt Ja Ey Amit Einmal habe ich ihn jetzt Ja ich bin tot Okay Okay Boah, Hilfe. Jetzt ist einer die Leiter hoch. Ich habe ihn. Sehr gut. Oder wir, wie auch immer. Du hast ihn, also ich habe nicht geschossen. Okay. Hier gibt es auch noch, Moni. So, ich habe ihn mal gelootet, weil da Sicht... Gute Idee. Ich habe ihn. Hm? Oh, da kommt wieder eine Leiter hoch irgendwo. Hier? Hm. ... ... ... ... ... ... der ist da hinten wieder das war ich nicht wir schießen sich gegenseitig ich habe sogar noch eine stolper drahtfalle gekriegt hier ist einer drin ich habe ihn so der hat sogar nicht auch das sogar gute bräuchte nicht befürchten dass da nach reinkommt seine trophäe geklaut super auch schon wieder einer hier vorne genau da das wenn ich jetzt darunter vorte mal kann ich ich bin ja drinnen gestorben nein danke schon gedacht scheiße schnell dran vorbei hast du noch sicht ja vier sekunden der ist immer noch da unten hätten wir jetzt was zum werfen wäre geil ich habe was dynamit dynamit oder feuer wasser scheiße war aber noch eine dynamit stange die ich da nach hinten werfen kann ich habe ihn ja ich habe nur noch einen einzigen ball hat auch eine tropäe gehabt die habe ich mir jetzt mal geklaut sehr geil wo jetzt gucke ich mal ja es kann er mehr da das war ja mal ein ründchen jetzt haben wir alle trophäen ich muss kurz ich bin gleich weg ich wollte nur nicht in die jetzt kannst du hier unten liegt auch einer zwei sogar warum kann ich mir nicht durchklettern bei jetzt ist ja cool die liegen aber sehr nebeneinander drei stück hier unten nimm doch nicht mal die leiter du sollst den typen da looten ja voll der mist oder ausgebrannt jäger können nicht sagt er bei dem einen ok hier ist noch einer mal zu hier unten ja da waren drei stück hier ist noch einer da und hier sind zwei genau die die den einen von den zwei da kann ich dich nicht looten die ist abgefackelt ja und wir haben hier auch schon fallen gelegt jetzt muss ich nur aufpassen nicht dass ich selber in so ein fass renne mhm also gibt es noch mehr tote wo sind die ganzen toten jetzt hier die ganzen guten fässer haben sie nicht hier auch richtig nice schade müsste man reklamieren wo geht es denn lang eigentlich in die richtung müssten eigentlich jetzt die ganze map glaube ich ausgelöscht haben ja das gefühl habe ich auch ja das war ganz gut gerade der eine der reinkam mit der auf der treppe auf die der die leiter hoch kam da habe ich auch glück gehabt bei dem anderen der dich erschossen hat den habe ich dann erschossen habe ich auch glück gehabt aber die waren selber alle schon so angeschlagen und wiederbelebt worden du hattest den glaube ich auch schon gut vorbearbeitet mit einer schrotflinte ja den einen oder anderen schon halte einschuss über ruhe im karton alter krasse haben die schon wieder die trophäen zu uns getragen das haben wir doch schon mal gehabt ja verstehe ich überhaupt nicht ne totale selbstüberschätzung ja die wollten es halt wissen aber das muss ja geld geben ich hoffe vor allem ich frage mich wie viel kills das jetzt war die haben sich ja gegenseitig auch noch dezimiert ja Ich kann noch holen. hinter uns auch nicht also ich glaube auch dass die mehr players so ein paar zombies immer noch volle energie also kann beiden verloren nur noch ein balken verloren vier stück ok du hast auch sehr offensiv gespielt also auch super du hast ja mehrere weggeballer da das habe ich gar nicht getraut haben wir ein bisschen vorsichtiger ich Oh, du hast ihn. Der hat aber nichts gedruckt. Nö. Alter, voll mutig, ne? Man kann jetzt hier so einfach locker rumlaufen. Ja. Kein Schiss haben, dass man niedergestreckt wird. Mhm. Alter, das ist auch ne Waffe, ey. Kannste Zombie-Moose draus machen? Auf jeden Fall. Ja, nice. Hm, super. Das ist so viel beschissenen Runden. Woooooh. Oh. Oh- Oh. Oh! Wow. Untertitelung des ZDF, 2020